Ich musste mal gegen 20 Leute kämpfen, mein Gott, mit Sven, aber Sven war woanders und ich war woanders 20 Gegner, ich glaube 20 oder 25 waren wir, ja 30, 40 waren es mindestens ungefähr weiß nicht, ich weiß nicht, aber bei der Endzone ist es manchmal so, wenn die Endzone dann da ist und dann geht die Zone soll in allen Haufen und da faltet man gerade, dann sind da plötzlich bloß viele Teams, und Sven hat schon die Gegner gepusht und guckte einfach auf den Berg mich an, guckte mich an und ich muss die Gegner mit 1 AP kämpfen die Gegner mit 2 AP kämpfen die Gegner mit 2 AP kämpfen die Gegner mit 3 AP kämpfen die Gegner mit 2 AP kämpfen die Gegner mit 3 AP kämpfen ok, dann würde ich Ihnen mal sagen, auf PC kann man ein botkopf als ob sich niemand den boss geholt hat alter könnte mir wer helfen hier ist einer genockt auf dem boden ja das war ich die medaille hat überhaupt gar keinen vorteil muss man so sagen weil jeder weiß wo ihr seid und sie bringt euch ein bisschen was 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 auch so das ist schon praktisch dann muss man da hat man sie immer mit dem markt dabei warte gleich erst was Nein, ich bin mit dem Team nicht. Ich bin mit dem Team nicht. Ich bin mit dem Team nicht. Achso, wer hat jetzt die Münze eigentlich? Ich. Wollen wir in den Versor gehen? Ja. Wollte ich gerade auch ohne euch machen. Och ey, also, also... Wer denn für einer? Kamikaze? Alter, warum geht's jetzt ab? So, es ist einfach Kamikaze. Boah, ich muss jetzt einfach ein bisschen waschen bauen. Dann bin ich dich zu melden. Oh, Swim auch noch Kopfhörer geht, aha. Sven, guten Morgen. Moin, wie geht's? Gut, und dir? Oh ne, mir geht's immer gut. Mir geht's immer gut. Sven? Ah krass, das geht's jetzt. Ich mein, das geht's um. Ich weiß, wie jetzt mich kriegt's. Nach der Wunde. Schmuck auf. Oh, ich hoffe nicht. Ich hab's ja auch nicht. Habe ich am Anfang mal zweimal gemacht. Ich hab nur einmal gemacht. Ich bin wenigstens. Da hab ich keinen Bock drauf, das dauert nicht so lang. Warum? Ja, das ist ganz nett. Okay, wir kommen noch mal weiter. Du brauchst andere. Wir haben uns ja. Wir haben immer wieder zugesehen und weißt, wir müssen küsself. ist hier nicht Sven ich bin aber nicht ich bin aber nicht gesehen Sven, jemand da bei dir eine Markierung hat jemand mit der Münze von da kommen welche mit der Münze Achtung, die Falkenländer ok, mach bei blau oder bei blau natürlich bei blau natürlich bei blau natürlich bei die Darmstilte Sven, hast du jemand mit der Münze geführt? nein, das war nicht die Münze das war Kopfgelb Münze ist ein anderes ist nicht so gelb Alter, ich hab gedacht das ist und er gibt mir direkt ein zweit ja und muss weg scheiße jo, ey, bitte bitte wir holen, wir holen wir holen wir holen ich muss nicht helfen komm da kommt einer da ist einer da ist einer noch einer du hast doch die Medaille warte, warte, warte warte, warte 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 ach so, du hast eine Medikip, oder? jetzt will ich eine Medaille drauf an du hast eine Medaille woere ähm, hier liegt da auch eine echt geile Eier wenn sie irgendwann in der Hand sind und das ist komisch ich hier ist eine Pank, wenn du willst wir müssen zu löff check ein, check ein oh, ich weiß, was so wenn wir so noch welche müssen wir haben die runde irgendwie ja das stimmt peter grüven münze ja woher haben wir 20 kills aber es wenn ich bin ein neuer kitzel ich bin ein Macher ja Sven müsste die Partner holen vielleicht Sven sind welche ja dann helfen wir ihm jetzt mal was heißt mir helfen ich sage wir gehen jetzt auf dem Hightcraft und gucken mal bitte wie ich jetzt hier da vorne ist ein Gegner wo markieren da hab ich hab ich ob irgendein Mäckchen überlebt dann muss ich einfach irgendein Inlass ja hier nein wer ist denn ein Falschhaltenstor ja ich bin von dem mit dem einfach nicht gleich anter 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 komm nie weg ja nie weg getraut also yes hey Fabian geht bei Sven sind doch immer noch welche hinsichtlich erst wenn die ledern dich in der Luft o john wick hat mich getötet oh mein gott ich werde gleich john wick hat mich einfach getötet vielleicht wäre es gut wenn ihr kurz wartet Ah, John Rick. Gehen, John Rick. John Rick hat gewonnen. Wer gewinnt dann? Wer hat ihn? Einer hab ich. Oh, davor ist ein Bock in ein paar Gegner. Ich... Ich... Oh, oh. Ey, macht ihr's mal. Ich... ich schäm' nicht mal. Ja, ich... Den Medikin von Sven. Vier Filme. Oh, ne. Wir sind der Bot. Ja, dieser Botner. Ja. Ja. Hab die Karte, hab die Karte und lass weg. Ey, guck mal, guck mal. Nein, die holten mich noch da wieder. Mach sie tot, mach sie jetzt tot, bevor die... Warte. Hallo, bevor du noch getötet wirst. Ach, die sind eh raus. Oh, Krone. Nee. Pass auf, da muss noch irgendwo ein Gegner sein, ne? Denk dran. Die waren nur genockt. Ich bin auch ein... Ich bin auch ein Krongeier. Die waren nur genockt. Doch, Mann. Ich mach von der Extremung heute. Bitte beschützt mich kurz. Beschützt die Box. Weil ich beide gemützt habe, haben eine deutlich bessere Chancen. Das stimmt. Der fordert aber für uns die nächste Kulten. Ja, nicht. Du kannst dir noch ne Medaille holen. Hey, wo? Ich wollte einen hören und du wieder. Du liegt da ja über einer. Boah, hier ist ein Paradies. Ist der Boss? Die haben nicht da getübt worden? Genau, wo ich bin, liegt überall. Ach, wieso? Wieso geht ihr denn dahin? Na ja, ich liegt doch. Hier hinten. Wo ist der Boss? Oha. Der Boss ist drauf gegangen. Ich hab zwei Medaillen. Ich hab zwei. Ich hab zwei. Ich hab zwei Medaillen. Auf jeden Fall. Oh, wem gehört die Kreize hier? Ich hab's ja egal. Ich hab's ja egal. Wem gehört die, die? Aber du hast schon den Boss getötet? Ja, ich hab's getötet, ich hab's getötet. Wie schnell. wir hätten eigentlich noch die insoluten könnte möchte die fünf erreichen es noch ein gegner zwei medaille ich bin auch ein krongeier das ist unser kopfgeld was da besiegt wird da vorne Da haben wir gar nicht viele von denen. 4 Stück, in einer Reihe. Oh scheiße, die Zone. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ging aber jetzt schnell. Das stand so neben mir.